Moin, mein Name ist Thomas Schwieding. Herzlich Willkommen in Tillung auf Sylt bei Rosier. Wir sind hier der nördlichste Außenstützpunkt auf Sylt. Wir vertreiben die Marke Mercedes-Benz Neuwagen, Transporter-Neuwagen und VW im Werkstattbereich. Des Weiteren haben wir sehr viele interessante Gebrauchtfahrzeuge hier auf Sylt. Mit unseren mittlerweile seit elf Jahren ca. 50 Mitarbeitern haben wir auch noch einen ADAC-Stützpunkt. Dieser ADAC fällt alleine 75.000 Kilometer im Jahr mit roundabout 2450 Einsätzen, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Wir hier auf Sylt sind für unsere Urlauber ständig erreichbar, in erster Linie aber auch für unsere Erst- und Zweitwohnbesitzer. Des Weiteren haben wir sehr viel Glück hier, dass wir auch mit den Herstellern Mercedes-Benz sehr viele schöne Attraktivitäten haben. Produktvorstellungen, das neue ELE, des Weiteren auch EQC. Wir haben auch eine bundesweite Aktion, in dem wir hier das Thema Elektromobilität bespulen mit unserer Autovermietung, MB Rent, wo wir 25 interessante Elektroprodukte haben, die dann auch die Insulaner wie auch die Urlauber vom April bis zum 31. Dezember bei uns mieten können. Dazu dann auch hier auf Sylt dazu einen exklusiven Tisch mitreservieren in Verbindung eines Mietfahrzeuges in der Sansibar Beach House in der Strandoase. Lassen Sie sich überraschen, wenn Sie mal auf Sylt sein sollen. Herzlich Willkommen, wir sind immer für Sie da und unter anderem wird es nie langweilig hier. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017